zurück wenn ich wieder da bin so leute jetzt bin ich wieder hier bei dem guten gerät was war denn wie habe ich den ding gemacht ich habe vergessen wie ich den gemacht habe so um ich habe immer gehalten habe noch keine medizin nehmen müssen so ich hoffe ich schieße jetzt mal ein bisschen besser ach du scheiße das kostet mich so an wie soll man denn das machen und ist viel was macht die augen auf so jetzt brauche ich meine medizin macht die augen auf ein penner macht das auge auf warum macht er denn das nicht auf man so wie ich sage aber ich muss mich hier verdammt nochmal konzentrieren dieses Vieh ist sowas von kacke und hat mich wieder gleich getötet ich bin gleich wieder da bis klar so ich speichere jetzt einfach mal so scheiße 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 ich versuche es auch mal von den leiten zu schießen falls er dann das Auge auf so ich versuche es auch mal von den leiten zu schießen stelle das ist echt ein scheiß bus hier ich sollte ich mal mit dem schild ein bisschen arbeiten das bringt gar nichts bei konstanz das Jetzt ist es aber auch ätzend, das Vieh. Das ist schon wieder schneller hier, ey. Oh, ich könnte ausflippen, der Typ ist echt zum Kotzen. Ich muss nochmal laden, so. Oh Gott, ey. Also es werden auf jeden Fall zwei Folgen, gleich werde ich schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist doch ätzend einfach. Von der Seite kann ich also nicht treffen, ich muss von unten treffen. Wie viele Treffer braucht denn der? Wie oft denn noch? Es sind nur acht Pfeile. Vielleicht hätte ich diesen Stab nehmen sollen. Scheiße. Viel zu schnell ist der Typ. Scheiße. So, jetzt nehme ich den Stab. Ich hoffe, ich hoffe, der Stab bringt was, sonst muss ich nochmal naden gleich. Der bringt gar nichts, der Stab. Was ist das Kacke? Bringt denn vielleicht das Ding was? Oh, das ist der, ne... Ne, ich muss laden. Gut. Wir müssen also mit den Pfeilen auf jeden Fall treffen. Ah. Ich hab schon lange keine Lust mehr. Ich hab schon zu viele Folgen hintereinander aufgenommen jetzt. Dass ich schon richtig am Kotzen bin. Vor allem wenn das so ein ätzender Endboss ist hier. Oh, jetzt hab ich auch noch ne... Oh, oh. Es wird einfach nischt. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr hier aufzuweichen. Ne, also, ich... Ich muss mal kurz... Kurz ausmachen. Kein Moment, bitte. So, ich bin zurück. Ich lade jetzt einfach wieder. Und muss mich einfach mal konzentrieren jetzt hier. Oh. Und dieses Geräusch nervt mich ja immer richtig, ey. Oh, was ist das denn? Er trifft auch echt kaum, dieser Idiot von Link, ey. Zwei scheiß kleine Treffer, ey. Wer weiß, wie oft ich diesen Perner treffen muss, ey. Och, Mann. Schnell rüber. Oh, ey, ich hab doch in die Richtung gemacht, Mann. Scheiße, jetzt kann ich schon wieder laden, ey. Er kotzt mich einfach nur an. Er kotzt mich einfach nur an. Warum lagst du jetzt auch noch? Na, nur noch ein Pfeil. Das klappt doch eh nicht. Wie oft muss ich den denn treffen, ey? Das gibt's doch gar nicht, ey. So, wieder laden. Klasse. Macht richtig Spaß, Leute. So eine Kacke, ey. Ich hab keine Lust mehr, ey. Ich hab echt keine Lust mehr. Da war der Vogel ja noch harmlos, ey. Oh, zehnmal treffen. Ja, ich kann mich anladen. Oh, Entschuldigung, falscher Knopf. Ähm, Leute, ich hab echt keinen Bock mehr, langsam. Weil mich dieses Vieh einfach nur ankotzt, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier, ja? Ich probier jetzt einfach mal so'n Schlag hier und... Das klappt auch nicht, gut. Ich mach mal ne ganz kurze Pause hier. Dann lade ich gleich wieder und dann geht's los. So, jetzt geht's los. Konzentrieren. Von hinten kann man natürlich nicht. Man kann nur von unten treffen. Das ist so ein Schwachsinn, ey. Mach endlich dein scheiß Auge auf, ey. Oh, das ist so zum Kotzen, ey. Mann! Nicht ein Treffer, klasse. Nochmal. Wow, das ist das schlimmste Level, das ich je hatte. Und mach dein scheiß Auge auf. Lässt er natürlich nicht auf. Scheiße. Jawoll. Oh Gott, ihr wisst gar nicht, wie erleichtert ich gerade bin, ey. Gott, ey, wenn man den ganzen Tag zockt, ey, ist das echt anstrengend. Ich glaub, ich hab jetzt sechs Stunden aufgenommen oder so, keine Ahnung. Die Insel lässt sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt. Sagt mir jetzt nicht... Ist nicht wahr, oder? Ich stand also noch im Monster und bin noch gestorben.